Süße Träume, Kirby Klopf, klopf, klopf Hm? Wer stattet Kirby wohl zu so später Stunde noch einen Besuch ab? Hallo, Kirby. Lass uns spielen. Kirby würde gerne, aber er konnte kaum noch seine Augen offen halten. Hm. Klopf, klopf, klopf. Noch ein Besucher für Kirby. Kirby, ich habe leckere Pfannkuchen gebacken. Hm. Kirby lag in seinem warmen Bettchen und hatte den Bauch voller Leckereien. Klopf, klopf, klopf. Kirby, lass uns über das Sternenmeer segeln. Nichts lieber als das, aber Kirby segelte bereits in seinem kuscheligen Bett auf den Wellen des Traummeers. Klopf, klopf, klopf. Hey, Kirby. Lass uns König Dedede einen Streich spielen. Hihihi. Kirby kicherte im Schlaf beim Gedanken an König Dedede's verdutztes Gesicht. Klopf, klopf, klopf. Klopf, klopf. Plopf, klopf. Hey, Kirby, flüsterten seine Freunde. Süße Träume, Kirby